Guten Morgen, guten Tag. Ich gehe immer nach meiner Zeitangabe. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Wir starten. Heute habe ich mal wieder Lust, die Riesenkarten zu benutzen von dem Sterntarot. In der Zeit ratter ich mal kurz mein Programm ab. Wir haben jetzt noch drei Tage, glaube ich, für die Privatlegung. Dann ist erstmal Pause. 150 waren es, 120 sind es. Wer jetzt noch möchte, es ist kein Aufruf für ein Muss. Aber dass jeder Bescheid weiß, weil ich ahne und es wird auch so kommen, weil ja viele neue auf dem Kanal kommen, die dann fragen wegen der Privatlegung. Es wird sich nicht vermeiden lassen, aber für die, ich denke, ihr werdet das jetzt schon alles durchgequält haben. Ihr wisst Bescheid, ich mache eine Pause und dass man dann im Nachhinein nicht mehr fragt. Es gibt auch keine Ausnahmen und ich muss und möchte auch erstmal davon Abstand nehmen, weil es doch ganz schön Kraft kostet. Zeitlich, wie auch, man kann sich nicht vorstellen, was dahinter steckt. Drei oder zwei Zettel, mit denen ich erstmal wirklich arbeite und das beansprucht manchmal eine halbe bis dreiviertel Stunde, Stunde und das bei jedem, ja. Ich liebe es, ich mache es gerne, aber biete jetzt wirklich nur noch für den Judi eben diese Legung an, statt 150, 120 Euro. Ihr habt da eine Vollanalyse. Das heißt, so, dass ich sehen kann, okay, das Ding kann ich jetzt rausgeben, da verändert sich jetzt nicht mehr viel. Es wird immer nur noch das Gleiche kommen und damit könnt ihr für die Zukunft arbeiten. Da werden natürlich auch Tendenzen kommen, die nicht sofort eintreffen, sondern erst später. Das ist so die Resonanz, die Rückmeldung von einigen. Beweisen können wir es alle nicht, aber es geht ja auch nicht um uns oder um uns irgendwas zu beweisen, beweisen zu müssen. Jemand, der möchte, hat jetzt noch die Gelegenheit, bis Stichtag 31. Juli zu buchen. Ihr habt das Video, bis ihr das löscht, bis ihr sagt, oh nee, komm, es ist vorbei und dann freut es uns allen, uns alle. Ey, hört auf. Ihr Lieben, verliert den Verstand nicht durch die Karten, sondern gewinnt an euren Impulsen. Ich gucke jetzt erstmal eure aktuelle Situation an und dann kläre ich gleich mal auf, was bei dir noch so die Blockaden sein könnten. Ich bin nämlich gerade an einer Selbstentwicklung für ein bestimmtes Kartenschema, also für mich selbst, wie ich noch so ein bisschen tiefer die Sachen angehen kann. Und da bin ich gerade im Hintergrund, das kommt auch noch dazu, mache ich mir hier so, kann ich gar nicht erklären, wie es passiert. Wie ich was am besten legen möchte, welche Karte für welchen Bereich kommt. Und da mache ich mir gerade so eine Systemangabe. Wir schauen mal, wo steckt ihr drin. Also ich male mir das als Skizze auf dem Blatt und gucke, bis es für mich plausibel erscheint, ja. Auf jeden Fall bist du eine Person, ob Mann oder Frau, die oft gebraucht wurde, der oft gebraucht wurde, sich der Verantwortung bewusst ist, immer noch und auch war. Ja, dir ist es einfach in die Wiege gelegt worden, Verantwortung und Verpflichtung zu übernehmen. Vielleicht, weil du das auch schon sehr früh lernen musstest. Vor mir liegt die Herrscherin quer und da liegt auch eine Karte dahinter. Sechs der Stäbe, ja, das ist aber auch deins, was du kannst, ja. Falls du dich angesprochen fühlst, es ist deine Wegrichtung, deine Gabe, das, was man dir in die Wiege gelegt hat. Komme, was wolle, auch wenn man auf Probleme verzichten kann. Aber du bist eine Person, die sehr viel Wert auf Ordnung in ihrem Leben legt, auch eine Verantwortung für mehrere Menschen hat. Einfach die Gabe besitzt, für andere da zu sein. Du wirst auch so gesehen, du wirst auch so angenommen. Du könntest natürlich eine Mutter sein oder auch ein Vater mit sehr weiblich-göttlichen Anteilen. Sehr viel Geduld. Sehr viel... Zuversicht. Das Wort habe ich gesucht, sehr viel Zuversicht. Und ich denke, du hast auch schon etliche Prüfungen hier in deinem Leben meistern müssen und gemeistert. Aber, obwohl dieses Aber gar nicht reinpasst, Sechs der Stäbe ist auch für dich in der Kombination gemacht, wie du wirst auch das schaffen, wo du gerade drinsteckst, festhängst. Du wirst auch deinen Weg wieder machen. Ich habe das Gefühl, dass bei dir mehr der Selbstwert vorhanden ist. Natürlich gibt es Phasen, die gebrochen werden, aber ich kann dir jetzt nicht eine Kartenlegung geben, wo ich sage, du bist völlig desorientiert. Das fühle ich hier überhaupt nicht mit Sechs der Stäbe und dieser Herrscherin. Du holst dich hier immer wieder ran und wirst deinen Weg machen oder hast deinen Weg auch gemacht. Vielleicht gerade deswegen erscheinen Probleme bei dir im Leben, weil du eben so diese Gabe oder auch dieses Gefühl in die Wiege gelegt bekommen hast. Auch wenn es dir oftmals schwer gefallen ist oder du dich dafür gar nicht bereit geführt hast für diese Aufgaben, hast du diese trotzdem geschafft. Und auch jetzt, wenn du das Gefühl hast, du zerbrichst daran, kann ich dir nur mitteilen, auch das wirst du schaffen. Mit der Herrscherin und Sechs der Stäbe kann dir niemand, das hört sich jetzt sehr arrogant für euch an, aber niemand kann dir gerade in diesem Prozess das Wasser reichen. Es kann dir auch niemand gerade sagen, genau das gleiche wie du habe ich auch erlebt. Es sind natürlich vom Stil her die gleichen Tiefpunkte, aber jeder auf eine andere Version. Und jeder von euch wird durch die Sechs der Stäbe wieder etwas dazugelernt haben und auch wieder bei sich ankommen. Tücke wäre hier vielleicht auch mal über die Zukunft nachzudenken oder in der Zukunft nachzudenken. Inwieweit du dich vielleicht doch verausgabt hast, weil du eben diese Gabe teilst, weil du dich oft sehr verantwortlich fühlst für andere Menschen oder füllen musstest. Ich glaube, hier stecken Aufgaben hinter, die du gerne abgegeben hättest, noch dazu. Aber trotzdem ziehst du hier ein Ding durch, weil du einfach von der Art nicht so bist zu sagen, mache ich nicht. Wir haben den Hierophant mit der Stierenergie. Du bist hier einfach eine reifere Seele, dich könnte man als alte Seele ansprechen. Du weißt, wofür du das machst. Auch wenn du manchmal hier scheiterst und sagst, warum immer ich, ja, könnte auch so sein. Das ist hier so deine Aufgabe. Die Erkenntnisse, die Reife, die Prüfung dahinter, die Reifeprüfung, könnte man so sagen, ja. Wir haben sieben der Kälte und neun der Kälte. Du wurdest hier irgendwo wieder an eine Stelle gebracht, wo du von Naivität vielleicht ein bisschen sprichst, ja. Wo du dir denkst, schön, dass man mich da wieder ausgenutzt hat, meine Gutmütigkeit, wie auch immer. Hier würde der Satz wirklich komplett reinpassen, meine Höflichkeit mit Schwäche verwechselt. Aber hier kommt eben wirklich mit der Herrscherin so hoch, das ist dir egal, ja. Selbst wenn man es gemacht hat, du hast hier eine absolute Anbindung an dich selbst. Klar wird Schimpfen und Wut und Enttäuschung und Erwartung alles mit dabei sein. Aber du lässt dir das Ziel nicht nehmen, ja, weil du für dich selbst eine Stärke hast, zu sagen, du besitzt was, was andere nicht besitzen und niemals kriegen werden. Nicht mal, selbst wenn du tausendmal geholfen hättest, ja. Du fühlst dich hier so stark, dass du von dir aus sagst, du besitzt etwas, was man sich nicht erkaufen kann, was man auch nicht einfach bekommt, nur weil du da bist. Du nimmst deinen Eigenwert, dadurch entsteht auch dein Selbstwert, den du immer wieder aufbaust. Du nimmst den immer wieder mit, ja. Du gibst deine Gabe hier nicht ab, du kannst deine Gabe auch nicht einfach übertransportieren, rübertransportieren. Dieser Mensch, wenn sich Menschen von dir entfernen, werden merken, dass irgendwann deine Energie fehlt, ja. Auch wenn diese Menschen gehen und denken, sie hätten von dir etwas mitbekommen, was beruhigend ist oder deswegen könnte man von dir gehen, weil man genug von dir hat, so in Anführungsstrichen. Nein, das wird wieder zurückkommen, ja. Das ist auch deine Erfahrung, das ist hier auch deine Erkenntnis, weil diese Menschen, die sich von dir getrennt haben oder von denen du dich trennen musstest, werden merken, dass diese Lehre noch einen trifft. Und das dauert, je nachdem, wie lange du diese Menschen auch gestärkt hast, ja. Du hattest einen Mensch, der hatte irgendwo ein Defizit in seinem Akku, hatte vielleicht auch superschöne volle Akkus, wieder meine Bildersprache, und du hast den ja erstmal gefüllt, diesen Akkuzustand, ja. Und der braucht natürlich eine Weile, kennen wir alle, eine Batterie ist auch nicht sofort alle, aber irgendwann wird dieser Akkuzustand weg sein, niedrig sein, ja. Man wird die Kraft nicht mehr haben, die du mitgegeben hast die ganze Zeit, von der man irgendwie zu viel schon fast bekommen hat oder verwöhnt wurde von dir. Und irgendwann wird der Tag kommen, wo man sich hier sagt, Mensch, wo bist du, ja. Und das, glaube ich, weißt du sogar mit Sechster Stäbe und der Hierophant. Das ist so, dass das weißt du, das ist fest, das ahnst du nicht nur, sondern das weißt du, das ist dir bewusst. Weil du liegst mir hier als sehr überzeugter Mensch drin, ja, der seine Sachen ehrlich und sehr stark ausführt. Und es gibt bei dir nicht nur das Halbe oder das Ganze, ja, sondern es ist mehr, es ist irgendwie mehr. Du teilst es anders auf, sodass es irgendwann auch fehlen wird. Und die Sehnsucht bei diesen Menschen wahrscheinlich auch kommt, ja. Und hier ist es entfacht mit sieben der Kälte und neun der Kälte, dass du hier wirklich weißt, okay, du hast hier falsch gedacht. Man wollte deine Hilfe nicht so oder deine Liebe nicht so annehmen, wie du sie gerne gegeben hättest. Du hast aber daran geglaubt und selbst gemerkt, okay, du schaffst es nicht, ja. Das war ein Trugschluss von dir. Aber dadurch, dass diese neun der Kälte Karte kommt, ja, oder diese neun der Kälte Karte kommt, ist das so, dir war es schon fast bewusst, du hast es geahnt, du kannst aber selbst dafür nichts mehr tun. Das ist so in deinem Kopf wie, da muss derjenige selbst hinkommen, was er mit dir hatte, ja. Aber du siehst es total ordentlich und nicht mal boshaft ein. Dir wird bewusst, du hättest gerne diesen Punkt überschritten, ja. Du hättest dir gerne gewünscht, dass Menschen an deiner Seite sehen, dass du es nur gut meinst und dass man auch diesen Punkt der Scheinheiligkeit anders bewerkstelligen kann, übertreten kann. Aber du hast gemerkt, okay, da will jemand nicht so richtig. Du hast es schon kommen sehen, dass irgendwas auf dich zukommt, was vielleicht nicht so in den Gewinn überläuft, wie du es gerne hättest, ja, als Ziel. Aber du hältst dich mit neun der Kälte, ja, absolut. Absolut. Dir ist es fast schon als Lebensaufgabe klar, auf so eine Aufgabe wirst du immer wieder treffen, ja. Wie jeder Mensch, eigentlich. Aber manche machen die Augen davor zu. Natürlich kann sich immer wieder das Blatt drehen, das Blatt wenden. Bei sieben der Kälte sieht erstmal alles sehr schön aus. Aber für mich bist du ein Mensch, der heute hier einschaltet, dem da schon bewusst ist, was passieren könnte, ja. Du bist hier nicht so komplett naiv reingeschleudert, um erstmal einen Prozess zu erleben und zu erkennen. Wir gehen mal das, was dich hier weiter treiben lassen hat oder weiter ziehen lassen hat. Und da haben wir schon das Akanum, der Mond, Ritter der Kälte, König der Stäbe. Du hattest hier mit einer Energie zu tun oder mit jemandem, Königin der Kälte, Zehn der Schwerter. Ja, wieder raus aus dem Dunkel oder aus dem Dunklem. Du wolltest wieder helfen. Du hast das Gefühl gesehen, dass jemand stoppt, dass jemand weniger Kraft hat, als er hätte. Dass da die Kraft fehlt, dass man von dir auch Kraft abverlangte. Du hast hier genau in diesem Prozess auch versucht, immer den Schein mit reinzusetzen und gegenzuarbeiten. Dass diese Situation oder Energie nicht ganz so dunkel zwischen euch wird, weil sie irgendwo auch was sehr Mystisches hatte. Du konntest teilweise Phasen fühlen, warum du mit diesem Menschen oder in diesem Energiefeld gerne warst. Aber dann gab es diese Gegenseite, ja, oder gibt es einfach auch noch diese Gegenseite voll erdrückende Tiefe, erdrückende Tiefe, sagen wir mal. Ritter der Kälte und König der Stäbe. Du bist sehr lange geblieben oder hast gehofft, dass dieser Prozess zu meistern wäre, weil du schon etwas zurückbekommen hast, ja, vom Ritter der Kälte. Hast du schon gespürt, du wirst gebraucht oder bekommst irgendwas zurück für das, was du leistest oder einfach nur für dein Dasein. Es war jetzt nicht so, dass hier nur ein extrem kalter Mensch lag, ja. Dieser Mensch hat dir etwas zurückgegeben, wo du genau gemerkt hast, da wirst du gebraucht, du machst alles richtig momentan. Es liegt in der Vergangenheit, ja. Und du hast diesen Menschen erkannt, wie man sich zum König der Stäbe entwickelt hat, durch euer Zusammensein, ja, durch euer Aufeinandertreffen. Du hast hier eine Entwicklung gemerkt, wo man vorher vielleicht nicht beim König der Stäbe drin war, sondern du hast gesehen, wie sich dieser Mensch, Entschuldigung, entwickelt hat zu einer Energie, die du vorher nicht gesehen hast. Du hast gemerkt, da wächst jemand an sich selbst, ja, durch dich höchstwahrscheinlich. Du hast, wie gesagt, aber auch durch Ritter der Kälte sehr viel zurückbekommen, was für dich sehr schön anzusehen oder auch sehr schön zu fühlen war. Also es ist hier schon eine Zeit lang wirklich ein Geben und Nehmen gewesen, jeder auf seinem Gebiet, ja. Du eher so kontrollierter und wachsamer und hier gibt es einen Menschen, der war fühlend, fühlend, spontan, ja. Du hast aber diesen Wachstum gesehen, wie sich dieser Mensch entwickelt hat, ja. Und das fandest du spannend, beziehungsweise hat es sich auch gefreut. Wir haben hier die Königin der Kälte, man muss auch sagen, du bist für diesen Menschen wirklich sehr ans Herz gewachsen, ja. Oder immer noch, je nachdem, wo ihr steht. Es ist hier eine Energie, wo man wirklich sagt, ich habe bei dir das Gefühl genießen dürfen, Gefühle genossen. Die Energie für dich, die ist immer noch am höchsten, ja. Die steht immer noch da, die wird wahrscheinlich auch nie verschwinden. Bei Zehn der Schwerter konnte man dieses Gefühl nicht mehr frei ausleben. Das heißt, hier wurde jemand gestoppt in einer Art Zwang. Man hat einen Punkt oder einen Tiefpunkt erreicht, wo man nicht mehr das fühlen konnte, was du gegeben hast. Aber man liegt hier offensichtlich wirklich noch damit, dich zu fühlen, ja. Obwohl du nicht mehr an der Seite bist. Man fühlt das. Und dadurch, dass du diesen Wachstum gerade als Herrscherin gespürt hast, dass sich jemand positiv entwickeln kann, wenn er möchte, bist du wahrscheinlich auch sehr lange oder auch sehr positiv eingestellt gewesen diesem Menschen oder diesem Energiefeld gegenüber, ja. Du hast gemerkt, da lohnt es sich, weil du ja auch was zurückbekommst. Hier liegt aber trotzdem mit Zehn der Schwerter jemand, der sich selbst gefangen hat. Das hat aber nichts mit der Liebe zu dir zu tun oder mit der Aufmerksamkeit zu dir, mit dem Dank zu dir, ja. Überhaupt nicht. Hier liegt kein undankbarer Mensch, auch wenn er sich vielleicht so benommen hat. Aber heute, nein. Ja. Und ich glaube auch ganz stark zu wissen, dass du weißt, woran es liegt. Warum euch dieser Mond in der Fische-Energie versucht hat zu spalten, geschafft hat zu trennen. Welche dunkle Energie hier rüberkam, ob das der Startpunkt war für die Veränderung oder auch du gehofft hast, jetzt muss dieser Mensch ab diesem Punkt alleine weitermachen. Du wirst ja sehen, ob man bei dir bleibt oder nicht oder ob man was verstanden hat. Weil du eben auch wirklich schon viel, viel weiter bist, ja. Du warst weiter als dieser Mensch. Dieser Mensch hatte noch nicht diese ganzen Erfahrungsstadien wie du. Ja, deswegen kommst du mir auch so als sehr alte Seele rüber. Vieles, was du schon wusstest, vieles, was du anders gemacht hättest. Aber dieser Mensch war in dem Moment nicht auf dieser gleichen Höhe, um dir das abzunehmen, um zu wissen, von was du sprichst, ja. Weil du musst irgendwann auch mal diesen gleichen Prozess durchgemacht haben, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist oder wo du warst, als ihr euch getroffen habt. Dieser Mensch wird auch noch dahin kommen, so könnte man fast sagen, aus diesen Menschen wird irgendwann selbst ein Herrscher oder eine Herrscherin in einer schönen Energie, in einer ehrgeizigen Energie. Aber jetzt steht hier einfach eine Reise bevor, ja, wo man selbst in der Hand hat, wie lange dauert dieser Prozess. Dauert dieser Prozess, wo man andere verletzt lange und sich selbst inklusive, ja, oder merkt man ziemlich schnell. Weil du, wie auch immer, gut lernen konntest, ein guter Lehrmeister, Lehrmeisterin warst, ja. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, gerade wenn es so Liebesverbindungen betrifft, aber das war hier einfach deine Aufgabe für diesen Menschen. Das ist wie so, du kommst rein für den Stillstand der Zeit, ja. Und trotzdem für die Weiterentwicklung hast du hier einen Riesenpunkt, eine riesen lebendige Energie weitergegeben, diesen Menschen zu retten. Diesem Menschen auf die Beine zu helfen, obwohl du nichts gesehen hast, dass dieser Mensch auf die Beine kommt. Aber du wirst mit dem, was du dagelassen hast, diesem Menschen so viel an Lebensschub, an Lebensenergie gegeben haben, womit, wenn dieser Mensch auf diesen Trichter kommt, arbeitet, ja. Weil man dir mehr vertraut als jedem anderen. Das kommt immer wieder zurück. Das hast du hinterlassen. Vergiss mich nicht. Und das passiert auch so. Das hat sich eingefressen, ja. Dieser Mensch wird dich nicht vergessen. Jetzt kommt es nur auf die Zeit an, die dich eigentlich nichts mehr zu interessieren hat, aber es bestätigt oder beruhigt vielleicht auch, wenn du dich hier genau wieder findest. Wann ist dieser Zeitpunkt, wann sich dieser Mensch ändern kann, ja. Wir gehen mal rein, wie du das Ganze fühlst für dich selbst, weil du willst ja hier auch irgendwo raus oder vorwärts kommen. Aber wie gesagt, mit 6 der Stäbe kann ich dir heute keine Legung geben, wo ich sage, du bist hier völlig, rennst hier irgendwie im Hamsterrad rum und kommst nicht raus, ja. Wo geht dein Weg hin, deine Lernaufgabe, deine Prüfung aus diesem Ganzen. Ich glaube auch, die Mondzyklen, die verbinden euch wirklich sehr stark, immer wenn es aktuell ist, ja. In deinem Herzen fühlst du die Anfänge von Bube der Stäbe, ja. Es könnte immer noch sein, dass du erwartest und hoffst und darauf eingestellt bist, dass irgendwann Nachrichten kommen von diesen Menschen oder auch irgendwas nochmal zu hören ist. Das fühlst du einfach, ja. Hier ist eine starke Verbindung zu diesen Menschen. Wir haben 3 der Münzen und Ritter der Münzen. Und du wartest wirklich auf dieses Go oder kriegst auch selbst den Impuls, ab wann dieser Mensch angefangen hat, sein Leben zu ändern. Du wirst so richtig diesen Neuanfang spüren und merken, sodass du dich ab diesem Zeitpunkt schon fast befreit fühlst und für dich deinen Weg weitergehst. Du hast hier immer noch fast diese Verantwortungsaufgabe drin für diesen Menschen, ob du willst oder nicht, nur wenn es sich fühlend anfühlt, ja, oder wenn es resoniert. Du hast hier für dich irgendwie die Aufgabe, du kannst erst weiterlaufen und mit 6 der Stäbe weitermachen, du machst dir um dich gar keine Gedanken, ja. Aber du wirst merken, wann du wieder in Hochtouren bist oder wann du startklar bist. Und das fängt an, wenn du merkst, dieser Mensch fängt, langsame kleine Schritte an sich zu ändern, bei 3 der Münzen und Ritter der Münzen. Dieser Mensch fängt an, umzusetzen und das dürftest du fühlen, ja. Das merkst du an Nachrichten, die du fühlst oder wirklich bekommst. Und dieser Mensch setzt etwas in Bewegung und ab da an, glaube ich, läufst du komplett in dein Ziel, ja. Du wartest hier auf diese Verbindung, warum auch immer du so eine Verantwortung für diesen Menschen hier trägst, vom Gefühl her. Vielleicht merkst du wirklich, dass man mit deinen Energien, die du zurückgelassen hast, arbeitet. Kann schon sein. Das ist bei einigen vielleicht oft die Schwere, die ihr fühlt, ja. Die teilweise auch nicht mehr unbedingt was mit Sehnsucht zu tun hat, sondern viele können dich einschätzen. Was ist das für ein Gefühl? Warum klebt der noch an mir dran oder sie oder wie auch immer, ja. Du bist einfach eine Person, die kriegt das Go, weitergehen zu dürfen mit 6 der Stäbe als Herrscherin. Wenn dieser Mensch verstanden hat, für dich ist es eine Beruhigung, dass für dich nichts umsonst hier war, ja. Dass deine Kraft hier geschätzt wurde. Das ist für dich so eine Art Ergebnis und Sinn, weil es muss ja für dich Sinn machen, der ganze Koma, dass du damit abschließen kannst. Du wirst wirklich merken, wann dieser Mensch deine Energien benutzt und sie umsetzt. Und sobald hier kleine Schritte vorwärts gehen, wirst du damit Abschied nehmen, ja. Und beziehungsweise auch in Ruhe deinen Weg ins neue Ziel laufen. Wir haben hier die Königin der Schwerter und das sind eben die Worte, die du fühlst, ja. Du musst unwahrscheinlich viel deinem Gegenüber gesagt haben, wo die Baustellen sitzen. Weil da haben wir auch wieder 10 der Schwerter, was hier bei deinem Gegenüber drin lag. Du musst aufgezählt haben, was bei diesen Menschen nicht stimmt, ja. Du wirst schon alles erkannt haben, was man vielleicht auch sehr erdrückend fand. Aussprachen, Ansätze, du wusstest genau, woran es liegt, warum es nicht geklappt hat. Die ganzen Blockaden werden hier gelöst durch deine Gespräche. Und auch das wirst du merken, genau wenn es angegangen wird, merkst du diese Energie, da beginnt jemand mit seinen Blockaden zu arbeiten. Du kannst dich auf deinen Weg wieder konzentrieren und weiterlaufen. Und ja, warum das so ist, könnte man hier gar nicht sagen, du bist einfach ein Typ Mensch, der das fühlt, der es nicht machen müsste, der jeden Tag weiterlaufen könnte. Das machst du auch. Aber so richtig kriegst du erst das Go, wenn du merkst, dieser Mensch arbeitet mit deiner Energie und hat sie nicht misshandelt, ja. So wie dein Gefühl vielleicht auch war, als ihr euch getrennt habt. Hier wird man sehr stark auf die Blockadenarbeit zurückgehen und jedes deiner einzelnen Sätze und Worte aufarbeiten, ja. Und ich bin mir ganz sicher, du merkst das. Du merkst an Energieschüben, wenn du weitergehst, da passiert was auf der anderen Seite, ja. Du bist nicht umsonst dort gewesen, ihr habt euch nicht umsonst getroffen. Jetzt gucken wir mal, was dein Gegenüber dir hinterlassen hat. Wie gesagt, nehmt Abstand von sehr schwierigen Prozessen, ja. Nicht, dass mir man das wieder zum Verhängnis macht. Ich kenne hier keine einzelne Geschichte von. Aber was hast du denn hier von diesem Menschen gelernt? Weil sonst hätten sich ja diese Bereiche auch nicht getroffen, ja. Vielleicht hast du selbst irgendwann gemerkt, da ist nichts mehr, ja. Da gibt es nichts mehr für dich zu holen, was dich hier wachsen lässt oder vorwärts bringt. Ich denke auch, du warst schon Meilensteine. Also wirklich, du kommst mir vor wie von dem Kartenblatt jetzt her, als eine Art Person, die einfach schon diese Prozesse durch hat. Dieses Gegenüber, ohne es böse zu meinen, konnte dir in diesem Fall nicht das Wasser reichen, ja. Und das klingt so ein bisschen doof für alle, die sich jetzt vielleicht darin verlieren, wo der Prozess ganz anders war. Aber hier ist es so eine Energie, dieser Mensch hatte keine Chance, in deinem Tempo hinterher zu kommen, weil du zu viel im Voraus warst. Du hattest schon zu viel als alte Seele erlebt, ja. Dein Wissen, dein Denken war schon viel zu viel im Voraus, sodass die Schnelligkeit gar nicht gepackt werden konnte. Und du deswegen auch diese langsame, quälende Energie oder sehr zerstörende Energie bei deinem Gegenüber nochmal erleben musstest, sehen musstest. Wo du schon längst, da warst du schon längst drüber hinweg, ja. Und deswegen hast du es vielleicht bei Sieben der Cage oftmals nicht verstanden, warum ihr so unterschiedlich tickt, ja. Warum das der andere nicht versteht wie du. Kann man ja auch gar nicht mit zwei verschiedenen Tempoangaben und Energien, ja. Das heißt jetzt hier nicht, du musst irgendwie, doch wenn es sich für dich gut anfühlt, kannst du ein Gefühl oder eine Energie natürlich entwickeln für Verständnis, ja. Dass du vielleicht die Lage auch ein bisschen besser verstehst, dass du nicht mehr quälend hier drin hockst oder wartest. Und wenn man es nicht verstehen kann, dann kommt hier eventuell die Schattenseite der Herrscherin hoch, dass du nicht alles ändern, erleben und, wie soll man es sagen, sehr vorsichtig, ohne dass, ich glaube, mich würde der Satz auch ankotzen. Aber dass du nicht alles schaffst, was du dir vornimmst, ja. Du musst hier wirklich für dich als Mensch akzeptieren, du hinterlässt sehr viele Rückstände, mit denen andere arbeiten können, wenn sie wollen. Wenn nicht, dann Pech, könntest du wirklich in deinem Stolz sagen. Aber auch in der Schattenseite ist ja oftmals so ein sehr übertriebener Drang von, ich kann das besser, lass mich mal machen, ja. Aber die Schattenseite muss jetzt nicht da gewesen sein, ich sag's nur. So, was du natürlich wieder, und das würde auch zur alten Seele passen, ja, warum du diesen Menschen auch gerne in deiner Umgebung hattest, war eben das Unkontrollierte. Eine alte Seele, die funktioniert eigentlich nicht so chaotisch. Eine alte Seele wird geführt von ruhigen Prozessen, von sie weiß schon, wo es lang geht, ja. Erlaubt sich weniger Fehltritte in der Art des Denkens oder auch in der Art des Machens, weniger Risiko. Eine alte Seele geht auf Sicherheit, ja. Und hier liegt jemand mit Page der Schwerter und Ritter der Schwerter, der genau das Gegenteil mit reingebracht hat, den Pol, an dem du verhungert bist, ja. Das waren Energien von Schlagfertigkeit, auch mal wieder jemand reinzuholen, an dem du dich messen kannst, weil das irgendwann in einem alten Seelenzustand fehlt, ja. Du wurdest hier auch als eine Art Prüfung gesehen, inwieweit kommst du mit einer Energie klar, die komplett chaotisch und auch eigensinnig handelt. Also das komplette Gegenteil zu dir, ja. Von unreif bis sehr sonderbar, wo du dir gedacht hast, so kann man doch nicht oder das habe ich nicht gelernt, wie kannst du nur. Also es war hier schon wieder der Gegenpart von deinem Ying und Yang, aber wahrscheinlich zu schwarz und zu sch... Ich habe einen Eisenmangel gehört auf, ey. Das ist ja alles nicht mehr normal. Zu schwarz und zu weiß, ja. Diese graue Mitte hat sich hier zwischen euch irgendwann nicht mehr ergeben. Es wurde frontal schwarz und weiß. Hier haben wir auch sieben der Schwerter. Du hast die Unehrlichkeit gemerkt. Ach, das... Also wenn ihr hier mit einem Luftzeichen zu tun habt, abgesegnet, ja. Irgendwas. Wenn dieser Mensch irgendeine Luftenergie vom Astrologischen drin hat, komplett. Ansonsten ist es hier wirklich ein mentaler Mensch, der nicht gelernt hat, auf sein Gefühl zu hören und du agierst als Herrscherin mit Gefühl. Das könnte auch nochmal so diese Problematik sein, dass hier jemand sehr sachlich und sehr rational an die ganzen Dinge rangegangen ist, weil wir haben ja schon wieder Stabenergie. Vier der Schwerter und sieben der Schwerter, ja. Das Ding ist, man hat mit Lügen und Unehrlichkeiten keine Ruhe reinbringen können. Man war dafür da, um dich fast zu prüfen, wie lange hältst du es stand, hier die Ruhe zu bewahren, ja. Wie weit bist du in deinen Prüfungen, um hier Ruhe reinzubringen? Ab wann wirst du provoziert als alte Seele? Und das wird man geschafft haben, aber das dient auch zu deinen Prozessen, dich weiterzuentwickeln, weil mit sechs der Stäbe wirst du immer wieder ankommen, ja. Aber du brauchst hier anscheinend immer wieder so Prüfungen, die dir auch zeigen, wo hast du dich verlaufen, ja. Warum hast du dich nicht in deiner Ruhelinie bewegt? Warum bist du ausgebrochen von deinem ruhigen Weg? Was hat dir zu dieser Zeit gefehlt, ja? Dein Selbstvertrauen in dem Moment zu dir selbst oder einfach nur das anerkennen, dass du nur Liebes möchtest, aber da kann man nicht auf einem mentalen kaputten Menschen treffen, ja. Oder krankhaft mentalen Menschen. Das war dir aber auch eine Lehre, ja, weil sonst wärst du hier oben nicht so komplett schon geradezu durch. Vielleicht erkennst du das durch die heutige Legung auch nochmal, dass du hier mit jemandem, der sich selbst nicht mental unter Kontrolle hat, nicht arbeiten kannst, ja. Weil da fehlt dir das Auffangen. Und natürlich, du schaffst es vielleicht in deinem Denken, dich selbst immer wieder aufzufangen, aber trotzdem verbittert man irgendwann alleine, ja. Es wäre schön, und das hast du wahrscheinlich auch gehofft durch diese extreme Gegenpolseite, dass du auch mal aufgefangen wirst, dass du endlich mal eine Ruhe findest, wo du nicht immer dafür da bist, Verantwortung und Verpflichtung zu übernehmen. Aber nicht mit einem Menschen oder mit einem Energiefeld, wo hier alles unstrukturiert ist, ja. Hier war ja wirklich alles plemplem, also Entschuldigung. Und wie gesagt, das ist diesen, das wirst du fühlen, weil man hat ja auch hier mit diesen acht der Schwertern diese Blockaden. Und du kennst dieses Thema auch, ja, dass es rational zu verschieden war, ja. Du hast ja nicht umsonst deine Energie dort gelassen und Sachen angesprochen oder Sachen erahnt, weil das ist ja ein regelrechter, also die Energie lag definitiv mental, ja. Da war irgendwas, irgendwas ist hopsen gegangen. Irgendwann, jemand hatte hier nicht die Prüfungen, die du schon durch hast. Es ist ja alles, es ist ja alles Luft, ja. Es ist ja alles komplett mental vorbelastet. Verwirrt, abwehrend, dann mal wieder schön, dann mal wieder lila Laune, dann mal wieder Abenteuergespräche, dann mal wieder genau das durchgezogen. Aber dann kam auch gleich wieder so in allem irgendwie sieben der Schwerter, Entschuldigung, man ist sich selbst nicht treu geblieben. Und das ist eines deiner wichtigsten Punkte, die du bei Menschen oder generell erhalten musst. Menschen, die sich treu bleiben. Auch wenn sie sich verändern, das ist ja erlaubt. Aber dieser Mensch oder da, wo du warst, da wurde nicht das gehalten, was man wollte, ja. Da ist man sich nicht treu geblieben. Und ich glaube auch eines der Tücken bei dir, du bist dir selbst nicht treu geblieben durch diese Energie, ja. Das heißt, du hast dich eben auch in dieser Prüfung befunden und bist öfter vom Weg abgekommen, weil auch diese Energie dich mitgenommen hat ins Untreue-Reich. Ins Reich der Untreue. Du hast Untreue gesehen, du hast Lügen gesehen, du hast gesehen, wie du dich immer mehr von deinem treuen Weg verabschiedest, weil dir das ja hier zusteht, ja. Sechs der Stäbe ist so dein Ziel, immer. Egal wie schwer, das ist immer dein Ziel. Aber du hast für dich selbst gemerkt, du kommst nicht mehr annähernd an das Ziel ran. Die Trennung war vorhersehbar. Die hast du vollzogen oder dieser Mensch oder dieses Feld, wo du das Gefühl hast, du wirst nicht mehr gebraucht. Richtig, weil wir gehen wieder zum Anfang. Du hast dieses Energiefeld oder die Energien hochgepusht, ja. Du hast sie erstmal gefüllt, dass man zufrieden war und sich nicht mit der Schwertenergie hier auseinandersetzen musste. Man hat quasi durch dich auch nicht gemerkt, dass es hier Probleme gibt. Weil du hast ja sehr vieles auf deine Kappe oder auf deine Energien übernommen. Die Verantwortung, die Verpflichtung wieder, ja. Wir gehen mal in deine Tendenz, um deinen treuen Weg hier wieder zurückzubekommen. Nicht vom Weg abkommen, deine Treue. Zehn der Stäbe. Da war wahrscheinlich wirklich das Fass voll, ja. Zehn der Stäbe ist ja immer so die Endkarte, wo man erwacht. Wo man merkt, geistig oder physisch bin ich hier am Endziel angekommen. Hier muss sich was ändern, ja. Und da ist auch wieder euer Mond. Ich bin an einen Weg, an einen Pfad gekommen, der für dich anscheinend wichtig ist. Du musst wahrscheinlich immer bei Zehn der Stäbe ankommen, bis du wirklich merkst, ich habe hier keine Aufgabe mehr, keinen Sinn. Ich habe das Beste gegeben. Jetzt musst du weiter, um wieder dir treu zu werden und Sechs der Stäbe zu erfüllen, zu hohen Ehren zu kommen, ja. Weil du gemerkt hast, hier ist die Endstation. Wir müssen jetzt einen anderen Weg laufen, damit du wieder Freude, Spaß, Stolz, Demütigung jeglicher Art wieder entblockiert bekommst, dich selbst befreist auf diesem Weg. Zehn der Stäbe. Und das ist auch bei dir so eine Prüfung gewesen, Rat des Schicksals, die Beratung, die bei dir jetzt stattfindet. Und du bist für mich ein Mensch, der kommt wirklich immer bei Zehn der Stäbe an. Ja, das ist schon fast ein Muss. Und das sind so Menschen, die hier einschalten, die sich sagen, warum passiert mir das immer? Warum halte ich immer so lange durch, wenn ich doch vorher abspringen könnte? Nee, das sind deine Prozesse leider. Oder auch zu gutem Grund, weil man es dir zutraut, du schaffst das, ja. Ist natürlich schlauchend, aber du wirst auch eine Menge aus diesen Prozessen gelernt haben. Denn hier kommt für dich wieder diese Prüfung. Du hast es geschafft. Du hast es alleine gemerkt. Da ist Endstation. Da geht es nicht mehr vorwärts. Wir müssen die Richtung drehen bei Zehn der Stäbe. Und wir haben hier vier der Stäbe und fünf der Münzen, ja. Bei dir ist es wieder die Liebe zu dir selbst. Eventuell auch Fragen, die mit Finanzen zu tun haben, dass Geld nicht für dich alles ist. Dass du lieber Kleineres in Kauf nimmst, um deinen Weg wieder zu finden. Das könnten auch Prozesse sein. Aber generell geht es hier darum, deine Liebe zurückzuholen, ja. Wenn es dazu kommt, dass du an deiner Sicherheit zweifelst, ja. Da passiert so ein Punkt in dir, der dir wirklich aufhilft, vorwärts zu gehen. Weil vier der Stäbe hat ja wirklich was mit, wie lange kannst du es noch tragen. Die Tragweite des Ausmaßes, ja. Und wenn du da gekommen oder da angekommen bist, bei vier der Stäbe, ist es so ein Gefühl von, jetzt geht es gerade an deine eigenen Reserven. Und du merkst das auf eine andere Art und Weise. Und genau da merkst du diesen Punkt, es wäre eh nicht weitergegangen, ja. Du hast hier ein, ein, wir sind am Ziel angekommen. Es hat sich nichts getan. Oder es wird sich noch mehr tun, wenn du diesen Weg alleine läufst. Aber das war so, du hast hier dein Bestmögliches getan, ja. Da geht es nicht mehr weiter. Für dich muss es weitergehen, um vier der Stäbe hier wieder zurückzubekommen. Deine Sicherheit, deinen Halt hier wieder zu spüren, um die nächsten Prüfungen für dich zu machen. Und vielleicht wirst du auf deinem Weg jetzt bleiben, ja. Dem Weg der Treue. Weil du vielleicht jetzt auch genug Prüfungen hattest, ja. Wo du dir sagen kannst, nee, also noch eine brauche ich jetzt nicht in meinem Leben. Das war's. Das war die letzte Prüfung. Alles andere könnte und darf schön werden. Leicht werden, ja. Wir gucken mal. Was wird schön? Was darf leicht werden? Den Weg, den Treuepfad zu dir selbst zurückfinden. Oh. Den Treuepfad zurück. Also, wir haben das Gericht. Wir haben Königin der Münzen. Ja, du bist ja aber wirklich wieder im Pfad, äh, im Pfad, im Pfad drin. Aber in Pfad, ja. Du richtest das Ganze wieder. Die Vergangenheit holt dich selbst kurz nochmal ein, um hier sehr viel umzusetzen. Finanziell wie auch für dich etwas anderes zu gestalten, ja. Hier kommt eine Art Bewunderung für dich selbst rein. Als ob du wirklich selbst stolz auf deine Energie bist. Jetzt fällt die mir auf den Schoß. Etwas machen zu dürfen. Andere Erkenntnisse bringen dich hier weiter, ja. Du wirst hier irgendwas Großes erschaffen. Oder für dich selbst auch sehen. Das hast du gebraucht, ja. Das hast du fast gebraucht, um bei 5. der Münzen hier rauszukommen. Und selbst du wächst an dieser Energie, wo es nicht mehr weiterging. Wo irgendwas gestoppt hat. Wächst du hier als Königin der Münzen. Ihr habt euch eigentlich im Wachstum beide gegenseitig geschenkt, ja. Dein Gegenüber wurde ja hier zum König der Stäbe dank dir. Durch deine Energie. Und du hast mitgenommen, umsetzen, mehr an sich glauben, aber in einer Art irdisch geerdeter werden, ja. Sonst basiert ja alles in deinem eigenen Vertrauen, was ja auch schön ist. Aber bei dir ist wirklich auch mehr die Erdung zu finden. Bloß nicht so zu werden, wie das Gegenüber, ja. Das könnte dir schon viel geholfen haben, dass du hier sehen musstest, alles, aber da wolltest du nie hin, ja. Und dafür hast du hier wahrscheinlich auch noch mal eine Prüfung gebraucht, um selbst noch mal hier eine Stärke zu entwickeln. Alles ist möglich, ja, wenn man möchte. Und das beweist du dir schon fast selbst. Hier in dieser Angabe. Alles ist möglich. Das beweist du dir selbst. Wir haben acht der Stäbe und Bube der Kälte. Also entweder bist du hier völlig entflammt und entzückt, das, was hier neu erarbeitet wird oder neu reinkommt. Oder es wird hier jemand auf dich aufmerksam werden. Das Ziel wirst du wahrscheinlich selbst noch gar nicht erkennen bei acht der Stäbe, ja. Das bestimmt nämlich der Bube der Kälte. Ja. Da kommt jemand und kreuzt deinen Pfad oder deine Wege. Der ist noch nicht mal sichtbar. Aber hier bestimmt jemand, wann er mit dir konfrontiert wird oder konfrontiert werden möchte. Und der bringt Gefühl mit, ja. Da könnte es einen Reizabtausch geben demnächst oder in der Tendenz. Hier holt dich jemand ab, ja. Wahrscheinlich, wenn du zu Ende gearbeitet hast als Königin der Münzen. Hier holt dich jemand wieder ab und gibt dir das zurück, was du eigentlich in der Prüfung gesucht und gefunden hast, aber es nie zu Ende leben konntest. Da kommt jemand wieder rein. Der bringt dir Schönes. Wir gucken mal die Tendenz von deinem Gegenüber, wenn du hier die aktuelle Energie merkst oder vielleicht auch noch ein bisschen einschätzen kannst, ob es dein Gegenüber wäre. Acht der Kälte. Der wird loslassen, ja. Der wird von dir loslassen und ich glaube, das empfindest du als sehr befreiend. Deswegen, du wirst eigentlich alles mitkriegen. Wahrscheinlich ist es auch, wenn der Bube der Kälte sich durch diese heftige Power zeigt, wird automatisch dein Gegenüber loslassen. Oder diese Energie wird getrennt, weil du dich auf diesen Bube der Kälte einlässt. Wir haben wieder die Schwertenergie. Ab da an wird der Punkt kommen. Genau, wenn der andere Mensch in dein Leben kommt, wird man hier anfangen zu zweifeln. Was hat man gemacht? Zwiespätigkeiten kommen hoch. Warum habe ich mit dir aufgehört? Genau, wenn diese Energie reinputzelt, bereut man, dass du nicht mehr da bist. Und zwar mit fünf, sechs der Münzen und fünf der Kälte. Warum konnte ich dir nicht das geben, was ich gefühlt habe? Und du liegst da hier noch als Königin der Kälte, egal ob Mann oder Frau noch drin. Hier wird einem bewusst, sobald diese Energie bei dir reinkommt, merkt man das. Diesen Verlust von acht der Kälte. Oh mein Gott, da passiert irgendwas. Kann man sich nicht erklären. Warum ist das auf einmal so? Warum habe ich das unterbunden? Warum habe ich dir nicht mehr gegeben, was dir zusteht? Wir haben vier der Schwerter. Hier braucht jemand Ruhe. Hier kommt jemand in den Prozess. Hier wird jemand ab dieser Stelle anfangen, nachzudenken, was man hier gemacht hat. Wen man eigentlich wirklich in seinem Leben mit dir hatte. Man merkt, man wird dich verlieren und hat dich verloren. Frag mich nicht warum. Das passiert wirklich durch die Ablöse von Bube der Kälte. Da zeigt jemand sehr krass energetisch, die Herrscherin gehört mir. Zumindest probiere ich es, ja. Da zeigt jemand ganz, ganz krass mit acht der Stäbe, dieser Mensch gehört mir. Und daran wachse ich, ja. Hier ist jemand wirklich voller Tatendrang, der bei dir rein möchte. Oh Gott, nicht so, ja. Der bei dir Anbindung sucht. Und der gibt dafür wirklich sehr viel mit acht der Stäbe. Das ist Power, ja. Da lässt man dich los. Und genau das merkt man. Dass man dich in diesem Moment verliert, verloren hat. Und man wird automatisch in die Ruhe geschoben. Gezwungt zum Nachdenken, würde ich das sagen, nennen. Was passiert dann? Und dann machen wir eure Verbindungskarte. Und dann dürftet ihr wissen, ob ihr angesprochen wart oder auch betroffen wurdet. Und was kommt in dieser Ruhe zum Vorschein? Der Turm. Zwei der Münzen. Zehn der Münzen. Neun der Münzen. Ja, mein herzliches Beileid hätte ich mal, ja. Hätte ich mal hier nicht so ewig rumgeeiert, würde ein Denken sein, ich hatte doch die Wahl. Warum habe ich es dazu kommen lassen, zum Zusammenbruch? Doch, hier merkt man wirklich, hier hat man zu doll mit zwei der Schwerter und zwei der Münzen rumgeeiert. Man kommt wieder in dieser Ruhe rein, ich hätte doch die Wahl haben können, ja. Oder wenn ich die Wahl gehabt hätte, würde ich jetzt auf dich zugreifen. Denn wir waren eigentlich oder hätten ein super stimmiges Team sein können, ja. Als Gesellschaft, als Funktion, als Team, als harmonisches Paar, wie auch immer. Bei uns hatte alles gestimmt, hätte alles stimmen können, wenn mein Selbstwert gestimmt hätte mit neun der Münzen, ja. Wenn man hier nicht einen Hang gehabt hätte zum Übertreiben und nur geistig sehr überfordert war in gewissen Situationen, vielleicht auch wirklich ein sehr giftiges Denken an den Tag gelegt hat. Das ist wie eine Art Reue, traurig sein. Dieser Mensch weiß, was man verloren hat, wie wichtig du warst, ja. Und jetzt merkt man hier so eine, oh, dagegen komme ich nicht an. Da hält jemand flammenbereit, emotionenbereit für meine Königin der Kälte und wird sich in diesem Energiefeld oder in diesem Moment wieder bewusst, was hier abgelaufen ist zwischen euch, ja. Aber wie gesagt, da bist du auch wieder längst schon fasziniert von dem Buben der Kälte. Eure Verbindungskarte, die für euch beide sehr wichtig war, um das Ganze komplett hier abzuschließen, war... Na, upsie. Ihr wisst ja, die Karten, die spinnen hier immer so ein bisschen. Alles, was ich halten kann, halte ich. Ich würde gerne einfach nur eine Karte aus diesem... Naja, es bleiben zwei. Uh. Eure Verbindungskarte. Uh. Ui. Ui. Es schließt und macht die Analyse auch wieder rund. Hier bereut jemand ganz stark. Macht euch auf Warte fast. Bing. Für dich war es die Liebe. Ihr wisst beide, dass ihr euch mal geliebt habt, liebt. Dieser Mensch merkt, was man verloren hat. Und du kommst vielleicht auf den Trichter zu sagen, es war eine Verbindung, ja. Auch gerade mit dem Mond. Aber es hat zu diesem Zeitpunkt nicht dazu geführt, diesen Menschen zu fühlen. Es bringt dir nichts als Herrscherin, später diesen Menschen zu fühlen oder zu wissen. Und das hättest du gebraucht, als du wirklich diese Energie brauchtest, um deinen Weg der Treue nicht zu verlassen als Herrscherin, ja. Aber wie gesagt, das ist ja alles eine Art Prüfung. Wir machen mal zu guter Letzt von deinem Gegenüber hier noch so eine Sprachnachricht. Diese Liebe ist crazy. Ja, das hatten wir hier auch. Also man wird dich wahrscheinlich sehr schwer vergessen oder auch wirklich sehr viel Verlust jetzt merken oder in der Tendenz. I want to be different, ja. Und das glaube ich diesen Menschen auch, weil man sehr viel mit der Schwertenergie zu tun hatte und das Ganze wirklich auf einmal ins Emotionale ablöst, ja. In sehr viel Münz und Emotionales ablöst. Also diese ganze Schwertenergie war ja wirklich Gift in deiner Herrscherin, ja. In deiner Herrscherin, in deiner Herrscherin Energie. Das war für dich selbst eine Prüfung, hoch 10. Mit diesem Menschen, mit diesen Gedanken, mit diesem Bewusstsein überhaupt klar zu kommen. Du hast dich manchmal gefragt, ist es überhaupt ein Bewusstsein, ja. Was dieser Mensch hier hat, der dich irgendwie fangen konnte und dich in der Prüfung vom treuen Weg abgebracht hat, ja. Deinen Pfad, aber den hast du wieder gefunden, ja. Der wird wieder kommen. Mach dir da keine Gedanken. Ich würde gerne noch zum Abschluss eine Engelbotschaft machen, bevor wir den Sonntag jetzt hier abschließen. Und ich wünsche euch einen schönen Restsonntag, wann immer ihr das Video seht. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sonntag. Und was haben wir hier? Zu guter Letzt, der erste Impuls gilt. Und das glaube ich dir auch, ja. Gerade in der Energie von der Herrscherin. Der erste Impuls gilt. Vielleicht brauchtest du die Legung, um wieder die Bestätigung für dich zu kriegen und endlich mal die Prüfung wegzulassen, ja. Ich meine zumindest so eine schwere Prüfung. Du hast jetzt wirklich erkannt, die Energie, die du gespürt hast oder der erste Impuls, darauf kannst du vertrauen, ja. Du musst dir nicht weitere Prüfungen oder weitere Menschen in dein Leben lassen, wo du selbst schon den ersten Impuls fühlst und dich gegensetzt und deinen Weg verlässt, ja. Für was und wie oft noch könnte die Frage bei dir sein? Du wusstest es doch schon oder du hast es doch schon gespürt, ja. Warum hattest du die Lust, deinen Weg zu verlassen ins Chaotische, ja. Da mehr Standhaftigkeit wird gefordert und natürlich auch, dass du Menschen begegnest, die dir das zurückgeben, wofür du stehst. Für Verantwortung, das ist dir leider, das hast du mitbekommen, das steht dir leider zu, ja, für Verantwortung und Verpflichtung. Und das kriegst du bestenfalls von jemandem jetzt zurück, der dir sofort zeigt, dass ein echtes Interesse besteht, was sich hält und nicht verändert in absolutes Bewusstseinschaos, ja. Wo man dich schädigt oder wo man sich selbst schädigt und du dadurch geschädigt wirst. Ihr Lieben, danke schön fürs Zugucken, ich wollte es gar nicht so lange machen. Ihr Lieben, behaltet euren treuen Weg. Tschö gong. Bis morgen. Tschüssi.